Musik Rette ist bei mir nach diesem Pokal-Krimi gegen den Hamburger SV. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es doch so eng an eng ist. Hab ich nicht kommen sehen. Am Ende findet man ein paar Worte. Das ist bitter, aber erzähl mal. Ich kann nur der Mannschaft sagen, dass wir heute ein überragendes Spiel gemacht haben. Dass wir heute trotz den ganzen Vorkommnissen in den letzten Wochen, die drumherum in dem Verein passiert sind, einfach Fußball gespielt haben. Wir haben einfach alles in die Waagschale geworfen. Wir haben von Minute 0 bis Minute 120, 123 gekämpft. Dann verschieße ich den Elfmeter. Ich kann mich nur entschuldigen bei der Mannschaft. Aber ich habe es gerade schon bei Sky gesagt. Bastian Schweinsteiger hat mal in Allianz Arena das Champions-League-Finale verschossen. Es passiert den Großen. Ich kann mich nur entschuldigen. Wir müssen einfach auf der Leistung aufbauen. Wenn wir am Freitag gegen Magdeburg genauso auftreten. Dann werden wir einfach Punkte holen. Dann werden wir zeigen, dass wir nicht so schlecht sind, wie die meisten hier denken. Also man hat auch gemerkt, ihr habt Vollgas gegeben bis zum Geh-Nicht-Mehr. Du gehst schon davon aus, man merkt das auch bei den Kollegen. Jetzt habt ihr nochmal einen richtigen Push für die Liga, oder? Ja, wir haben immer an uns geglaubt. Wir haben halt nur individuelle Fehler gemacht, die zum ungünstigen Zeitpunkt gekommen sind. Und wir haben es heute gezeigt, was wir können. Und wir müssen das jetzt versuchen, jedes Mal auf den Platz zu bringen. Auch wenn es schwer wird gegen Drittligisten. Da ist man vielleicht von der Euphorie und dem Stadion nicht so voll. Aber das muss uns scheißegal sein, auf Deutsch gesagt. Also wir müssen einfach Gas geben. So wie sieht es aus. Klares Statement von Redde. Und ich denke, den Fehler, den verzeiht ihr jeder. Ihr habt ein tolles Spiel abgeliefert. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Jetzt haben wir gleich mal ein Duo hier bei mir. Es ist ein Pokalkrimi gewesen. Sondergleichen. 2 zu 2. Dann habt ihr es bis in die Verlängerung getragen. In das Elfmeterschießen noch dazu. Am Ende wirklich richtig bittere Pille geschluckt. Zum Ideen. Versucht erstmal Worte zu finden. Für mich ist es ganz schwer. Wir hatten ja den HSV am Rande der Niederlage. Im Endeffekt ist das Elfmeterschießen dann ein bisschen eine Lotterie. Da kann alles passieren. Das Pendel war heute auf der Seite vom HSV. Das ist bitter für uns. Aber ich habe schon gesagt. Es nötigt mir den größten Respekt ab, was hier das Team heute geleistet hat. Und darauf kann man aufbauen. Dejan war nicht beim Elfmeterschießen dabei. Hat aber trotzdem den Elfmeter versenkt. Hat das Ganze heute ins Rollen gebracht. Dejan, du musstest dann am Ende nochmal raus. Hast du ja auch vorher schon ein paar Probleme gehabt. Ich weiß nicht, wie es momentan bei dir aussieht. Es ist halt muskulär. Es ist halt viel zugegangen. Nichtsdestotrotz, so wie Tobi sagt, brutalere Leistung von uns. Wirklich, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt. Ich denke, das nimmt auch nochmal schönen Schwung mit für die nächsten Spiele. Und die müssen wir einfach mitnehmen und das umsetzen. Tobi, du war heute auch mit der Kapitänsbinde. Finde mal ein paar Worte. Jetzt Magdeburg kommt. Im hohen Eder wahrscheinlich auch noch nicht ganz fit. Also die Mannschaft ist jetzt noch ein bisschen enger. Da hast du ja gar keine großen Alternativen. Da muss jeder Einzelne. Ja, das muss jedem bewusst sein. Dass jeder hier seinen Teil dazu beiträgt, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube, das war heute auch ein Puzzleteil. Dass die Jungs hier reingekommen sind Vollgas gegeben haben. Dass wir das Gegenball wirklich sensationell gemacht haben. Und dass wir nach vorne Tore schießen können. Das wissen wir, dass wir da Nadelschiche setzen können. Und ja, im Endeffekt ist es dann einfach extrem bitter. Aber ja, es geht weiter.